Wo hat der Osterhase die Ostereier her? Und wie kann er sie tragen beim Hüpfen hin und her? Hat er viele Helfer oder ist er ganz allein? Wer weiß das schon, wer weiß das schon, wie kann das alles sein? Hat er einen riesengroßen Hühnerstall? Oder kauft er auf dem Markt jedes Mal? Hat er vielleicht im Keller einen Vorratsraum, wo er alles lagern kann? Das glaub ich kaum. Wo hat der Osterhase die Ostereier her? Und wie kann er sie tragen beim Hüpfen hin und her? Hat er viele Helfer oder ist er ganz allein? Wer weiß das schon, wer weiß das schon, wie kann das alles sein? Haben so viele Eier, wenn auch viel Gewicht? Versteckt er sie bei Tages- oder Mondscheinlicht? Macht er das schon ewig oder gibt es jedes Jahr überall in Wald und Tal? Ne Osterhasenwahl, wo hat der Osterhase die Ostereier her? Und wie kann er sie tragen beim Hüpfen hin und her? Hat er viele Helfer oder ist er ganz allein? Wer weiß das schon, wer weiß das schon, wie kann das alles sein? Ne Osterhasenwahl, wo hat der Osterhase die Ostereier her? Und wie kann er sie tragen beim Hüpfen hin und her? Hat er viele Helfer oder ist er ganz allein? Wer weiß das schon, wer weiß das schon, wie kann das alles sein? Wo hat der Osterhasen die Ostereier her? Und wie kann er sie tragen beim Hüpfen hin und her?